Guido Burgstaller wechselt zum FC St. Pauli und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Guido Burgstaller wechselt also zu St. Pauli, er bekommt jetzt einen Vertrag bis 2023 und nach seinen eigenen Aussagen kann er es kaum abwarten, Helds Belz am Millern Tor zu hören und ich freue mich sehr für Burgi, ich finde es toll, dass er jetzt eine neue Aufgabe bekommen hat, dass er einen Klub hat, der auch wirklich Wertschätzung für ihn hat und was mit ihm anfangen kann. Ich hoffe, dass er wieder zu neuem Selbstvertrauen findet am Millern Tor und möchte eigentlich hiermit auch nochmal Danke sagen. Danke für 119 Spiele im Trikot von Schalke 04, danke dafür, Burgi, dass du dir immer den Arsch aufgerissen hast, danke dafür, dass du 32 Tore insgesamt für uns geschossen hast und 13 Vorlagen gegeben und das ist wirklich ein Top-Wert, das ist wirklich ein Top-Wert. Nehmen wir die letzte Saison mal aus, ich denke mal, da waren es einfach, ja, wie auch immer, was da los war, klämmern wir das mal aus. Du hast uns wirklich in den letzten Jahren, hast du uns das ein oder andere Mal, hast du uns wirklich aus der Scheiße geholt und das ändert jetzt auch nicht das eine schlechte Jahr hier auf Schalke, sondern wir werden dich immer positiv in Erinnerung behalten und noch einmal herzlichen Dank. Ja, Guido Burgstaller ist damals aus Nürnberg gekommen, hat damals in der zweiten Liga gespielt und, ja, wird sich dementsprechend auf St. Pauli auf jeden Fall auch wieder gut einfinden, denke ich. Und, was wollte ich noch sagen? Achso, genau, über Ablöse-Modalitäten wurde einfach Stillschweigen vereinbart, wie es halt üblich auch ist. Angeblich soll Guido Burgstaller auch noch eine Abfindung bekommen, halte ich auch für gerechtfertigt. Schließlich hat er noch einen langen Vertrag bei uns gehabt und hätte da sehr viel Geld verdient und irgendjemand hat auf Schalker Seite ja auch den Vertrag vorher mal unterschrieben gehabt. Also, alles cool und noch einmal Dankeschön, Guido Burgstaller, mach es gut und, ja, hau rein. Ciao. Ciao.